Alle Mann ausfächern, wer gibt dir die Befehle? Ach, ich gebe die Befehle. Naja, egal. Herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade. Wo wir gerade gegen einen der swadischen Fürsten kämpfen. Wir haben doch immer hier ein leichtes Problem. Mit kleinen Rucklern, ich weiß nicht warum. Das war doch sonst auch nicht, hör mal. Auf was feuere ich überhaupt? Feuere ich gerade auf meine eigenen Leute? Ist das mein Ernst? Ah, verflucht seist du! Ah! Ich bin gar nicht am ausrasten. Hihi! Wer hat da auf mich geschossen? Ah! Ja, ist klar! Oh, oh! Immer schön zielen und abdrücken. Okay, der ist auch schon tot. Aber ihr immer mit euren neuen Feinden, mal ganz ehrlich. Wird euch das nicht langsam selbst zu blöd, dass ihr immer neue Leute ranholt, die dann nur abgeschlachtet werden? Hm. Dam, 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 dam. Auf wen feuerst du, wenn ich fragen darf? Auf den Reiter dort am Horizont vielleicht? Auf dich feuert der! Ah, hat gefeuert. Zack! Zack! So gehört sich das. Kurz gezielt abgedrückt und ran an den Kopf. Na, wie geht's dir? Tut weh, hä? So ein Pfeil im Hirn. Das ist nicht angenehm. Heute gibt's frisches Pferdefleisch. Lecker, lecker. Ich werde dich töten, Pferd. Entschuldigung! So. Fragt mich nicht, warum, aber ich bin jetzt zufrieden. Achso, du gehörst hier dazu. Sag doch einen Ton. Oh, wie den anderen getroffen. Komm schon. Keine Pfeile mehr, auch das noch. Jetzt muss ich dem auch so hinterher reiten. Lock ihn hier rüber. Ja, lock ihn an den Baum. Lock ihn an den Baum. Hau drauf! Hau drauf! Ah, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Hallo? Naja, zwei Tote. Kann schon mal vorkommen. Oh, hier von vier auf sechs ist doch fein. Kann ich alles nicht gebrauchen? Das Zeug könnt ihr mir mal mitgeben. Die Swadia müssen aufgehauen werden. Sie dürfen nicht siegen. Den da habe ich abgekesselt. Den holen wir uns. Und Angriff. 189 gegen 65. Da ist der Sieg auch schon wieder vorprogrammiert. Wir halten die Swadia klein. Jetzt hoffe ich nur mal auf die anderen Nationen, die mit Swadien im Krieg sind, dass die auch so schlau sind und endlich mal die Städte einnehmen. Mehr als Swadien schwächen kann ich nicht. Dafür ist meine Armee zu schwach. Ich habe denen schon eine Burg genommen und gegen die Fürsten habe ich gekämpft. Ach, herrje. Also müssen die anderen Reiche auch mal gefälligst was tun. So, wo sind sie denn? Oh, Ferkel voraus. Da wird schon gekämpft. Ich will auch. Und BÄM. Dam, 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 Dam. Ah, du hörst du mir. Bloß gut habe ich daneben geschossen. Das war wieder so ein Reflexschuss. Geh weg. Kann es sein, dass ich gerade auch das Maul bekomme? Na, also jetzt ziehe ich auch mal meine Waffe hier. Jetzt ist Feierabend. Da, Dam, Da, Dam, Da, Dam, 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 Da, Dam, 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 Dam. Oh, nee. Dass ich nicht schlagen kann. Warum nicht? Ach, ja. Immer schön draufhauen. So, wie sieht es aus? Gibt es noch Gegner? Die stehen da. Tötet sie alle. So, wir haben bestimmt noch jede Menge Reiter. Da ist doch schon der Erste wieder auf dem Plan. Drei Pfeile und Todwara. Mein Samurai geht zu Fuß. Wer ist es? Wer ist es? Ich sehe ihn. Ah, schlechter Zeitpunkt. Ich weiß, warum das ist. Weil im Hintergrund sehe ich gerade, läuft die, äh, Systemreinigung. Die mache ich einmal im Monat. Beziehungsweise habe ich eingestellt, dass die einmal im Monat losgeht. Und die läuft ausgerechnet jetzt. Und frisst da natürlich ein bisschen Speicher. Kann ja auch nicht wahr sein, ey. Hör sofort auf damit. Schinken! Oh, es geht abwärts. Oh, wo soll ich? Das kann sich gar keinem erzählen. Lord Peter wurde von einem Pferdekadaver erschlagen. Als er zu nah am Wasser ritt. Da fliegt der Boden dahin. War's das? Das war's. Samurai! Batz! So, ich schenke euch natürlich die Freiheit. Ich will ja Ehre haben, ne? Habt ihr was Kegid-mäßiges? Ne, gut, dann könnt ihr mich mal. Na, das ist nicht viel wert. Da, 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 dam, dam. La, 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 B-Rands. Auch dich will ich töten. Ein Fürst nach dem anderen mache ich platt. Die haben gar keine Chance, sich mal irgendwie gegen mich zu behaupten. Es tut mir ja auch irgendwo leid, aber, ne, ich muss draufhauen. Das ist meine Aufgabe als Krieger von Kanat Kegid. Das ist ein Sternzeichen. Ich nenne es das Fragezeichen. Und es bedeutet... Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ein schönes Sternzeichen, ne? Oh je, meine. Feuert aus allen Rohren und lasst sie sterben. Oh, Lordbitter hat mich getroffen. Verbrennt die Hexe. Hey, Moment mal, ich bin nix Hexen. Oh, oh. Der hält aber auch aus. Jetzt ist er platt. Aber diese Fürsten, das sind immer ernstzunehmende Gegner. Weil die ganz schön Lebensenergie haben. So, noch einer weniger. Oh, das ist aber gefährlich hier. Wenn hier einer mit dem Pferd drauf springt, du dann, Batz. Dann ist er aber durch, sto. Ja. War ich das? Ich glaube, ich war das. Das war ich auf jeden Fall. Ich bin so gut, ey. Ich werde langsam aber echt besser mit dem Bogen. Wenn man mal bedenkt, wie ich am Anfang von dem Let's Play mit dem Bogen umgehen konnte. Also, ich werde langsam besser. Langsam werde ich besser. Vor allem im berittenen Bogen schießen. Da war ich am Anfang überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich bin zwar jetzt auch nicht so sehr zu gebrauchen, aber ich bin schon... Ich bin so gut wie die KI. Das kann man schon sagen. Also, das bringe ich. Das bringe ich. Und wieder einmal ein Zwartigen Fürsten erlegt. Ist schon nicht einfach, so toll zu sein, wie ich es bin. Achtung! Arrogant Alarm! Wo war denn der andere Fürst hingeritten? Weiß das noch einer? Der war doch irgendwo in die Richtung hier unterwegs. Während wir das Heer der Svaden förmlich in der Luft zerrissen haben. Ist der in diese Richtung hier abgehauen. Schade eigentlich, dass der weg ist, ne? Ich hätte gern mit ihm gespielt. Das ist einer von unseren Leuten. Darf ich mit dir reden? Nö, gut. Du willst mir nichts weiter geben? Kein Beliebtheit-Bonus. Nichts. Das ist tragisch. Was willst du von mir? Grünes Lümmischen hier. Uh. Norden gegen Svadien. Das wird immer noch belagert hier hinten. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt wird hier aber schon gekämpft, oh. Ach nee, das ist der Trupp von dem. Von dem Wicht. Die Stadt ist nach wie vor gut behütet. Ah, jetzt wollen sie wieder nicht mehr. Aber ich glaube, ich brauche mir die Stadt auch nicht vornehmen. Das wird nichts. Miliz. Na gut, die haben sehr viel Miliz, ne? Muss man sagen. Aber hier 104 Armbrustschützen, 53 Schafschützen, die schießen mich in Grund und Boden. Ne, tut mir leid, das wage ich mich nicht. Da reite ich lieber meine Dörfer ab und guck mal, ob ich da irgendwo noch Kohle bekomme. Das wäre nämlich an sich eine ganz schöne Sache. Mal wieder ein bisschen Gold haben, ne? Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Scheide, gib mir Geld. Gib mir Gold und Geschmeide. Gib's her. Ja. Danke. Dam, da, dam, da, dam. So, und wenn wir schon mal dabei sind, reiten wir auch in mein tolles Megadorf hier oben. Das ich übrigens nie verloren habe. Seit ich's hab, hab ich's. Und ich habe es ausgebaut, verbessert, verschönert und, und, und. Dam, dam, da, da, dam, dam, dam. Da, 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 da. Dam, 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 da, 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 da. So, Amarschk. Die hole ich mir nicht. Aha. Du bist nämlich gar nicht mein Dorf. Ich dachte mir schon, irgendwas klingt komisch. Amarschk klingt gar nicht wie das Dorf, das mir gehört. Und siehe da, es war auch nicht besagtes Dorf. Du bist besagtes Dorf. Scheint unbeachtlich, dieses Dorf. Und das umliegen lange in euch. Ist euch extrem ergeben. Das ist doch schon mal nett. Habt ihr was zu tun für mich, wenn ich schon mal hier bin? Außer Rinder. Weil einen Beliebtheitspunkt kann ich bei euch noch durch Aufgaben kriegen. Hier immer mit euren Rindern. Rinder, Rinder. Keine Kinder. Aber ich kann den Gegnern, der Svaden, gerade auch an keiner Front so wirklich helfen. Wenn die wenigstens mal belagern würden. Ich würde sofort mithelfen. Ah, schon wieder kein Gold mehr. Ich würde somit sofort mithelfen. Das wäre überhaupt kein Problem. Ah, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss erst mal Kohle besorgen. Dann können wir gerne mal drüber reden. Vorher ist das allerdings ganz schlecht. Meine Moral ist sowieso nicht so toll, hä? Durchschnittlich, naja gut. Durch die ganzen Siegel in der letzten Zeit rette ich mich da natürlich. Wenn ich mal wieder keinen Soll zahlen kann. Oh, die Nahrung sieht aus. Beziehungsweise, die sieht nicht aus, weil ich keine habe. So, damit ist das Gold, das ich verdient habe, schon wieder raus. In der Wildnis in der Nähe vom Punkt. Na toll. Der kann ja aber nirgendwo groß hin, außer nach Dirim oder nach Suno. Also werden wir dem König hier in der Gegend bestimmt auch begegnen. Ah, da ist er doch. Sieh mal einer an. Ich bin schon auf dem Weg. Dum, dum, da, dum, 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 dum. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Ich will kämpfen. Kämpfen, habe ich gesagt. Reiter, Bogenschützen-Veteran, Lanzenreiter. Oh, 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 wartet mal auf mich, ja? Wir haben genug Leute, Kahn. Wir können es schaffen. Reite nach Suno. Reite. Kann ich die nicht vielleicht dazu bringen? Lass mich in Ruhe damit. Ah, ich wollte ihm eigentlich nur was sagen, ne? Aber gut. Lass mich doch mal in Ruhe mit deinem Mist. Mal ganz ehrlich. Ich will hier kämpfen. Ich will nicht dauernd Drecksarbeit für euch. Oh, oh. So habe ich es nicht gemeint. Komm zurück. Ich will hier nicht ständig die Drecksarbeit machen. Oh, lass mich in Frieden. Nein! Was verstehst du nicht unter nein? Nein, habe ich gesagt. Nein. 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 Ach, das war es ja. Toll. Ein ganz toller Feldzug, mein König. Mein Kahn. Damit haben wir es denen richtig gegeben. Hier wird auch nicht mehr belagert. Hier wird gar nichts mehr belagert irgendwie. Das machst du gut. Belagere hier ruhig mal ein bisschen. Ich helfe dir, wenn du das durchziehst. Ziehst das aber nicht durch, ne? Feigling. Ich krieg dich. Komm schon. Ich hab noch eine andere Karawane, bei der ich Kohle fordern muss. Ja, versucht von mir zu flüchten. Das mag ich. Es wird nur nicht gelingen. Euer Gold wird mein sein. Wegzoll. So holt der Peter sich die Kohle ran. Ja, so holt der Peter sich die Kohle ran. So holt er sich statt Geld. Oh, guck mal da. Gib. Gib mir Money. Schwupp. Oh, hier oben wird sich auch schon wieder geprügelt. Stopp. So, fort stehen bleiben. Ich bin da wegen schon... Nein, 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 nein. Nein! Du bist ein Arsch, weißt du das? Lass mich doch erst... Oh, eine 58er, die hole ich mir. Und die 40er werde ich mir auch holen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, um Geld zu machen. Weil so kriege ich echt einiges rein. Ich habe jetzt schon wieder 2200 dadurch bekommen. Ist das eine Karawane? Ja. Dann hole ich mich... Hole ich mich, genau. Dann hole ich mir auch da nochmal mein Geld. Ach so, die darf ich nicht. Naja. Komm schon. Hä, Sanja Khan wird bald einen neuen Marschall für Kanat Kergit auswählen. Einige der Fürsten haben euch als möglichen Kandidaten erwähnt. Na, das lasse ich dem doch wissen. Oh. 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 Ja, Baby. Oh. Ja. Oh, ich werde sowas von Marschall sein. Ich bin Marschall. Ich bin mächtig. Also jetzt mache ich erstmal Schluss, ne? Also, da.